Angenommen, ihr habt jetzt eine Präsentation erstellt, in der ihr das neue Produkt eurer Firma vorstellt. Diese schickt ihr nun eurem Chef und der sagt, okay, mega geile Präsentation, aber du hast auf jeder Folie den Produktnamen falsch geschrieben. Wir vermarkten nämlich nicht Nivell 2.0, sondern Nivell 3.0. Da es jetzt auf jeder Folie vorhanden ist, müsst ihr es auch leider auf jeder Folie korrigieren. Aber dafür gibt es einen mega schnellen Hack und zwar, wenn wir das falsch geschriebene Wort markieren, STRG C, nun auf Start gehen und auf Ersetzen klicken. Jetzt können wir das falsch geschriebene Wort hier reinschreiben und hier die korrekte Formulierung nehmen. Und hier seht ihr, das Programm sucht nach dem falsch geschriebenen Wort und ersetzt es durch dieses Wort. So, jetzt können wir hier noch die großen Kleinschreibungen beachten, das ist hier nicht relevant, weil alles eh groß geschrieben ist. Und jetzt können wir nach und nach weitersuchen, bzw. das erste Wort ist hier schon markiert, können die es ersetzen. Zack, und ihr seht hier wurde es ersetzt. Weitersuchen, jetzt geht das Programm, die ganze Präsentation durch und man kann manuell jedes Wort für Wort ersetzen. Oder, da ihr wisst, okay, ihr habt eh immer das Wort so geschrieben und möchtet es eh immer so ersetzen, sprich, ihr wisst, dass ihr nichts zerschießt. Wenn ihr jetzt alle gleichzeitig ersetzt, dann könnt ihr auch alle falsch geschriebenen Worte gleichzeitig ersetzen. So, klickt das und jetzt seht ihr, PowerPoint hat ihre Präsentation durchsucht und 28 Ersetzungen vorgenommen. Okay. So, fertig und jetzt könnt ihr Feierabend machen.